Wo sind die Schere? Trico, was denkst du? Ja, das ist nicht schlecht. Und diese Pulli, was denkst du? Das ist schon geil. Schauen wir weiter. Nein, gehen wir weiter. Was denkst du, Socken? Ja, sie sind schön, ne? Was ist das? Kikes! Nehmen wir, oder? Ich trinke nach jedem Training. Das ist das beste Geschenk. Nehmen wir, oder? Ja. Also komm. Ich mache dir kaputt. Ich gewinne locker. Junge, du hast keine Chance. Das ist zu einfach für mich. Hast du schon gemacht? Ja. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Du? Ich habe schon viel gemacht. Aber wir werden jetzt sehen, wer gewinnt. Kein Problem. Komm, machen wir. Ja. Wo sind die Schere? Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß auch nicht. Was ist denn? Ich weiß nicht. Schau. Schau. Ja, ja. Bis bald. Bis bald. Ich bin bald. Ich bin bald. Ich bin bald. So ist es gut, oder? Nein, was ist das? Nein, nein, ich habe gesagt nein. Ich habe gesagt nein. Warum nicht? Warum nicht? Ja, warum nicht? So kannst du sicher nicht. Was nein? Also danke. Ich habe gewonnen, oder? Ich habe gewonnen. Wer hat gewonnen, oder? Also ich kann schon einen Tisch reservieren in einem Restaurant. Ist das wirklich? Ich habe gewonnen, was ist das? Also danke Willi. Ich habe diese Challenge gewonnen. Aber ihr könnt auch etwas gewinnen. Ihr könnt diese Geschenke gewinnen. Jetzt mitmachen.